Bei Late Night Berlin könnt ihr sehen, wie Palina Jucke und mich neu eingekleidet hat. Das sah ungefähr so aus. Ich möchte, dass ihr beiden heute die modernen Männer werdet. Ach, gebt mir einfach, was ich zieh's an. Oh, ist geil. Das sind meine Lieblingsoutfits an euch. Jetzt ist es zu viel. Aber guck mal, wie cool sind wir? Ist er noch ein Gluck Champagner, Klaas? Außerdem gibt's natürlich wieder einen weiteren Überraschungsgast und dies und das. Sehr gute Gags zum Beispiel. Also, bis dann. Late Night Berlin. Dienstag, 22.15 Uhr. ProSieben.